Was macht uns zu dem führenden Natursteinunternehmen Deutschlands? Ist es die hohe Kapazität, mit der wir auch große Aufträge termingerecht umsetzen können? Dass wir aus Respekt vor der Natur jeden gewonnenen Stein vollständig verarbeiten? Ist es unsere Erfahrung, die in jedes Projekt einfließt und Kunden aus aller Welt begeistert? Dass wir im Höchstmaß exakt und effizient arbeiten und dabei stets auf die Umwelt achten? Dass uns technologisch keiner so schnell etwas vormacht? Doch was wäre all das, ohne unsere Leidenschaft aus rohem Stein etwas ganz Besonderes zu machen? Für unsere Region und die Umwelt fühlen wir uns seit jeher verantwortlich. So renaturieren wir die gesamte Fläche aufwendig und geben sie an die Pflanzen- und Tierwelt zurück. Flankenschotter – Kompetenz und Zuverlässigkeit im Natursteinbereich